Bianca ist Rettungssanitäterin, freiwillig. Heinz hilft Jugendlichen bei der Leerstellensuche, freiwillig. Gerta arbeitet im Besuchsdienst, freiwillig. Georg bringt Obdachlosen essen, freiwillig. Ich finde, was wir machen, ist wichtig und richtig. Und am schönsten ist es, die Freude in den Augen der Menschen zu sehen, denen man etwas geben kann. Freiwillig, etwas bewegen. Am 17. Juni ist der Freiwilligentag. Nähere Infos unter www.freiwilligentag.at